Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Survival Expedition. Ja, also das ist ein Talk-Video, wie ihr den Titel schon gesehen habt. Und zwar, ich habe gestern im Garten in meinem Shelter geschlafen, den werde ich heute nochmal mit euch aufwarten. Ich muss da wieder in der Nacht dadurch rausflüchten, weil es geregnet hat und irgendwie... Ja, weiß ich nicht. Es ist irgendwie ein bisschen nass geworden von unten hin, vom Boden. Es ist irgendwie vom Boden her... Das ganze Wasser ist vom Boden her rausgekommen. Und ja, ich werde nochmal aufbauen mit euch und ich habe eine Bitte. Also ich würde mich sehr freuen, wenn ihr in die Kommentare schreibt, was ihr gerne als nächstes Thema haben wollt. Oder ja, Video-Wünsche. Irgendwie sowas. Weil mich interessiert auch, was euch interessiert. Ich will nicht immer, was mich interessiert. Und wenn ihr zum Beispiel sagt, ich will wissen, wie du ein Feuer machst oder weiß, was ich... Dann schreibt es bitte in die Kommentare und ich würde mich sehr darüber freuen, weil... Ja, dann sehe ich auch, dass ihr halt was wollt, was... Das kann ich dann umsetzen. Gut. Ja, das wollte ich nur gesagt haben und... Ja, wir sehen uns nachher draußen, wenn der Regen ein bisschen aufgehört hat. Und dann werden wir den Shelter aufbauen. Tschüss Leute. Bis später. Tschüss. 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 Tschüss.